Moin liebe Frugalisten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie viele von euch auch, interessiere ich mich für das Thema Minimalismus und so kommt es immer wieder vor, dass ich Gegenstände aussortiere oder sogar meinen ganzen Haushalt ausmiste. Ich weiß, dass viele von euch das auch machen, weil es euch einfach Spaß macht, aber auch, weil mittlerweile hinlänglich bekannt ist, dass viele Gegenstände auch Ballast bedeuten können. Allerdings ist mir aufgefallen, dass viele gar nicht wissen, was sie mit diesen aussortierten Gegenständen dann letztendlich machen sollen. Oft landet das Zeug dann sogar sehr unglücklicherweise auf dem Müll. Und das möchte ich um jeden Preis verhindern. Deswegen möchte ich euch in diesem Video heute gerne zeigen, was ich mit meinen aussortierten Gegenständen mache und wie ich es sogar schaffe, ein wenig Geld damit zu verdienen. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und du kannst mir auch sehr gerne auf diesem Kanal folgen, wenn du an den Themen Frugalismus, finanzielle Freiheit und Sparsamkeit interessiert bist. Jetzt soll es aber direkt losgehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ich habe in einem der letzten Videos bereits erklärt, warum Minimalismus für mich persönlich wichtig ist, beziehungsweise was es mir bringt, Gegenstände regelmäßig auszusortieren. Kurz gesagt ist es für mich eigentlich so wichtig, weil ich das Gefühl habe, damit viel ballastlos werden zu können. Es ist allerdings auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass ich Gegenstände aussortiert habe und später dann feststellen musste, dass ich diese Gegenstände eigentlich noch gebraucht hätte. Und das möchte ich in Zukunft natürlich um jeden Preis verhindern. Bei einigen Gegenständen bin ich mir allerdings wahnsinnig sicher, dass ich die auf jeden Fall nicht mehr brauche. Und das sind zum Beispiel einige Bücher oder aber auch solche Schwimmutensilien, die von alten Hobbys von mir kommen. Und diese Hobbys führe ich mittlerweile einfach nicht mehr aus. Allerdings hat für mich oberste Priorität, wenn ich Dinge weggebe, dass ich aus diesen Dingen auch noch Geld mache. Denn schließlich habe ich irgendwann ja auch schon mal Geld dafür bezahlt. Und nur weil ich im Moment kein Interesse mehr daran habe, möchte ich nicht auf einmal herbe Verluste erleiden. Einige Gegenstände lassen sich allerdings nicht mehr wirklich verkaufen, aus welchen Gründen auch immer. Und da kommt dann die zweite Lösung ins Spiel, nämlich diesen Gegenstand zu spenden oder zu verschenken. Es gibt ganz viele Hilfsorganisationen, die sich wahnsinnig über diese kostenlosen Sachspenden freuen und die dann entweder günstig oder sogar kostenlos an hilfsbedürftige Menschen wieder abgeben. Sollte der Gegenstand für eine Spende nicht in Frage kommen, dann mache ich es immer so, dass wir die Gegenstände bei eBay-Kleinanzeigen unter zu verschenken reinstellen. Und es findet sich tatsächlich für fast jeden Gegenstand jemand, der den dann doch noch kostenlos haben möchte. Das haben wir zum Beispiel damals bei unserem Umzug auch mit einer alten, durchgelegenen Matratze gemacht und wir konnten damit tatsächlich jemandem eine Freude bereiten, der gezwungenermaßen einen Neuanfang starten musste. Wenn diese ganzen Dinge nicht möglich sind und auch bei eBay sich keiner mehr da meldet, um diesen Gegenstand kostenlos abholen zu wollen, dann bleibt letztendlich leider wirklich nur noch das Wegwerfen. Das sollte allerdings nur eine Notfalllösung sein. In diesem Video liegt der Fokus aber besonders auf den Gegenständen, mit denen wir eben noch Geld verdienen können. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich da genau vorgehe. In erster Linie nutze ich eBay-Kleinanzeigen, einfach aus dem Grund, dass man hier eigentlich in der Regel noch das meiste Geld kriegt, zumindestens für Sammlerstücke oder Hobbyartikel. Das liegt einfach daran, dass die Menschen auf diesen Plattformen gezielt nach bestimmten Gegenständen suchen und in der Regel auch fündig werden. So habe ich zum Beispiel hier diese Schwimmartikel da reingestellt, für ein Appel und ein Ei, einfach weil ich weiß, dass ich hierfür nicht mehr viel Geld kriege. Ich habe allerdings auch gerade noch einen Rollentrainer für den Triathlonsport, blende ich euch hier mal ein, dort für 50 Euro verkauft und das ist natürlich besser als nichts. Allerdings ist eBay-Kleinanzeigen kein Selbstläufer und deswegen sollte man bei jedem Inserat auf bestimmte Dinge achten. So ist zum Beispiel eine gescheite Überschrift wichtig, weil man die Leute eben mit der Überschrift auf das Inserat lockt. Genauso wie gute Bilder, da lohnt es sich auch den Gegenstand vorher nochmal zu putzen. und zu guter Letzt ist ein netter und freundlicher Text ja fast sogar das A und O, um die Leute dann auf dem Inserat zu halten oder sogar für einen Kauf zu überzeugen. Ich habe in den ganzen letzten Jahren, auch wenn viele Menschen immer wieder davon erzählen, noch fast keine schlechte Erfahrung mit eBay-Kleinanzeigen gemacht und ich denke, das liegt daran, weil ich den Menschen auch einfach immer versuche, freundlich gegenüber zu treten. eBay-Kleinanzeigen dürfte den meisten von euch allerdings schon bekannt sein und deswegen gibt es noch zwei wunderbare Portale, die sich zum Beispiel zum Verkauf von Büchern, CDs, DVDs oder Elektroartikel eignen. Ihr kennt das mit Sicherheit auch, man sortiert hin und wieder mal einen ganzen Schwung von Büchern aus und hat keinen Bock, die alle einzeln bei eBay reinzustellen. Man müsste jedes Buch einzeln verpacken, dann wieder versenden, wenn es keiner abholt und das ist einfach eine elendige Arbeit und irgendwo den Ertrag dann auch nicht wirklich wert. Und da kommen für mich dann die beiden Anbieter, Momox oder Rebuy, ins Spiel. Ich habe jetzt zum Beispiel selber gerade einen ganzen Schwung von Finanzbüchern aussortiert. Ich habe mir zwar eigentlich geschworen, dass ich diese Bücher sammeln will, einfach weil es finanzielle Bildung ist und nicht damit Sicherheit irgendwann nochmal darauf zurückgreifen werde. Wenn ich allerdings ehrlich zu mir selber bin, ich habe noch nie ein Buch zweimal gelesen und das werde ich zumindest bei so romanartigen Büchern auch nicht machen. Was mache ich also mit diesen Büchern? Ich schnappe mir die App Momox oder Rebuy. Ich werde euch das Ganze jetzt hier mal zeigen und das mal aufnehmen und auch ins Video reinschneiden. Und in diesen Apps ist ein Barcode-Scanner. Ich schnappe mir also einfach das Buch, nutze den Barcode-Scanner, scanne das Ganze ab und dann sehe ich direkt, wie viel Geld ich in dieser App oder von diesem Anbieter für das Buch noch kriegen würde. Für dieses Buch ist es bei Momox jetzt zum Beispiel 3,17 Euro. Einige von euch kennen Rebuy, andere wiederum werden Momox kennen. Der Trick liegt aber eigentlich darin, beide Anbieter gleichzeitig zu nutzen. Denn man bekommt tatsächlich für einen und denselben Gegenstand oder für einen und denselben Buch bei den unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Preisvorschläge. Das Ganze hat Valentina von Minimal Frugal schon mal schön in einem Video herausgearbeitet und das Video verlinke ich dir auch mal hier in der Ecke, falls du Interesse daran hast. Ich möchte euch das jetzt trotzdem nochmal zeigen. Und zwar bekommt man für dieses Buch der Survival Guide. Ich war früher ein richtiger Survival-Experte. Bei Momox beispielsweise 6,09 Euro und bei Rebuy würde man für dasselbe Buch gerade mal 3,70 Euro kriegen. Also, was lernt man eigentlich daraus? Man sollte, wenn man jetzt einen großen Schwung von Büchern verkauft, jedes Buch einmal mit dem unterschiedlichen Anbieter durchchecken, sich dann zwei Haufen machen und die Haufen dann dementsprechend an Rebuy oder an Momox verschicken. So habe ich es jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ich bin alle Bücher durchgegangen, habe mir zwei Haufen gemacht und konnte so auf jeden Fall deutlich mehr Geld einnehmen, als wenn ich es einfach nur alles direkt an einen Anbieter geschickt hätte. Ich habe gerade schon erwähnt, dass man natürlich auch andere Sachen bei Rebuy oder Momox verkaufen kann, allen voran auch Elektroartikel, wenn man zum Beispiel ganz alte iPhones hat, die man jetzt nicht mehr wirklich bei Ebay verkaufen möchte oder verkaufen kann, dann lohnt es sich auch, das Ganze an Rebuy oder Momox zu verkaufen oder zumindest Rebuy. Ich weiß gerade gar nicht, ob Momox auch Elektroartikel annehmen, denn da erhält man dafür auf jeden Fall auch noch ein paar Zehner. Und bevor man so ein altes iPhone jetzt wegwirft, stellt man das Ganze lieber bei Rebuy rein. Wir haben jetzt also ein Paket für Rebuy und ein Paket für Momox und bevor wir das Ganze jetzt aber endgültig verkaufen und losschicken, habe ich noch einen anderen Trick und zwar kommen da wieder die Cashback-Apps ins Spiel. Für alle, die mir jetzt auf Instagram oder YouTube schon länger folgen, die wissen, dass ich ein großer Fan von Cashback-Apps bin und das Ganze machen wir uns jetzt hier wieder zunutze. Für alle, die noch nicht wissen, was Cashback eigentlich ist, wenn ich einen bestimmten Gegenstand kaufe und den zum Beispiel über eine Cashback-App eben dann anklicke, dann erhalte ich in der Regel 2-3 oder auch mitunter mal 3-4% an Cashback auf diesen Kaufpreis. Wenn ich also ein Gegenstand für 100 Euro kaufe, erhalte ich direkt nach dem Kauf ca. 3-4 Euro zurück. Das Verrückte ist, dass das Ganze auch für Ankäufe funktioniert bzw. eben, wenn ich Dinge an Rebuy oder Momox verkaufe. Dann nutze ich auch wieder Shoop oder iGraw und das Ganze blende ich euch jetzt auch nochmal ein und wenn ich dort in diesen Apps eben nach zum Beispiel Rebuy suche, dann fällt auf, dass ich bei Shoop bis zu 12% Cashback nochmal auf den Verkauf von meinen eigenen Sachen bekomme. Bei iGraw hingegen sind es 9%. Deswegen lohnt es auch hier immer mal die Anbieter zu vergleichen, denn auch hier fällt auf, dass ich zum Beispiel jetzt bei Shoop deutlich mehr Prozent an Cashback kriege. Ich achte also darauf, dass ich, bevor ich jetzt das Ganze bei Rebuy verkaufe, den Schritt wieder über Shoop gehe. Das heißt, ich gehe in die Shoop-App rein, tippe dort Rebuy ein, klicke darauf, gelange dann so zum Anbieter und auf dieser Anbieterseite gebe ich erst dann wieder meine ganzen Bücher ein. Ich wiederhole das Prozedere also im Grunde nochmal und das mache ich, damit Shoop letztendlich meinen ganzen Vorgang hier trackt und damit ich auch letztendlich über Shoop dann dieses Cashback bekomme. Wenn ich das Ganze gemacht habe, dann kann ich letztendlich auch verkaufen klicken im Browser und dann ist der Vorgang auch wirklich erledigt. Ich habe über diesen Weg jetzt aber über Rebuy ganz normal meine Bücher verkaufen können und anschließend über Shoop auf den Verkauf nochmal Cashback erhalten. Für das Momox-Paket nutze ich übrigens iGrawl, denn iGrawl liefert hier einen höheren Cashback-Vorteil auf Momox-Versand als jetzt zum Beispiel der Anbieterschub. Insgesamt halten wir also fest, ich nutze in allererster Linie Ebay-Kleinanzeigen für Verkäufe, allerdings nicht für Buchverkäufe, denn in der Regel verkauft man bei Ebay ja keinen großen Batzen an Büchern. Dafür eignen sich meiner Meinung nach dann Rebuy oder Momox deutlich besser. Bei Ebay ist es nämlich so, dass viele Käufer eigentlich davor zurückschrecken, ein recht günstiges Buch zu kaufen, weil der Versand dann einfach fast so teuer ist wie das ganze Buch. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest mit Rebuy oder Momox und dann anschließend eben auch die Cashback-Anbieter iGrawl und Schub nutzen möchtest, dann nutze gerne die Links in der Videobeschreibung, da erhältst du für das Eröffnen eines Kontos jeweils wieder einen kleinen Anmeldebonus. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps und Tricks ein bisschen helfen, aus deinen Gebrauchsgegenständen noch mehr Geld zu machen. Wenn ja, dann lass mir wieder gerne einen Daumen nach oben da, folge diesem Kanal, falls du es am Anfang noch nicht gemacht hast und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.